Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Borussia Mönchengladbach, Bundesliga 2022-2023, 15. Spieltag, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, Borussia Duell, das mag ich sehr gerne. Ergebnis 4 zu 2. Ragrammer, Stindl, Tuchruau, Tuchruam, wie das ausspricht weiß ich nicht, ich hoffe ich richtig klicke. Startelf von Borussia Dortmund, Köbel, Süley, Hummels, Scholdenbeck, Guerreiro, Belra, Belichem, Schan, Regner, Brandt, Malen, Mokulo, das war's von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund, 20 Uhr 28.